Herzlich Willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Until Dawn weiter. Wir sind mit Mike und Jess unterwegs und versuchen zur ollen Liebeshütte zu kommen. Und ja. Ja, uns steht jetzt ein sehr, sehr lauschiger Winterfad bevor. Es ist ein bisschen runtergekommen. Irgendwie schade. Privatgrundstück. Washington Anwesen. Na gut. Das wussten wir ja bereits. So ein wenig. Aber naja. Erstaunlich, was hier aber alles auf diesem Berg so rumsteht. Also, wie wir es hier so gebaut haben, bestimmt Schweinegeld gekostet haben, aber naja. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mitten im Bären. Ja, gute Frage, ne? Wie bist du einem M gegenüber eingestellt, mein Gutester? Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Tja. Tja, was soll ich dazu sagen? Also, ich weiß ja nicht. Irgendwie scheint er ja noch an ihr zu hängen, aber irgendwie auch nicht. Und, also, an Emily meine ich jetzt. Von daher wirkt das alles ein bisschen strange. Aber, na gut. Er kann sich halt nicht so richtig entscheiden, glaube ich. Im Endeffekt mag er beide Frauen. Vermutlich. Ja, er wollte, dass wir den Generator wieder anwerfen. Na gut. Sollte ja im Bereich des Möglichen liegen. Irgendwo hier wird der olle Generator ja schon sein. Vermutlich. Eventuell ja schon in dieser Hütte. Hey Mike, hast du bald den Generator oder was? Ja, ja, kriegen wir hin. Aber erstmal gucken wir uns das Totem hier an, was in der Gegend rumliegt. Ein Gefahrtotem. War das Ashley? Okay, klar. Ich glaube, das war Ashley, oder? Die da voll eins auf die Nuss bekommen hat. Von irgendeinem Clownstypen. Ähm, interessant. So, ja, wo sind wir denn hier? Okay, mal sehen. Was ist denn das nur? Aha. Boom, sehr gut, Mikey. Hm, Sand. Das ist mal gut gewesen. Jo, finde ich auch. Und deswegen gucke ich ein bisschen selbstverliebt. Er ist der Gegend. In die Gegend. Ich gucke herum. Mir war so, als hätte ich da etwas gesehen. Oder auch nicht. Gut, dann halt nicht. Wir sind offenkundig nicht allein hier. Sehr, sehr, sehr interessant. Naja. War ja auch fast zu erwarten. Aber irgendwie auch nur fast. Gut, dann gehen wir halt mal weiter. Und erfreuen uns an der Generatorhaftigkeit des, äh, momentanen Daseins. Ja, da, Sesam öffne dich. Am besten nicht halt die Klappe und lassen auf das Spiel sprechen. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Vor allem hat sie einen tollen Hüftschwung. Das muss man ihr hier lassen. Aber naja. Schöne malerische Gegend. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Boah. Mann. Das ist ja, also, besser als in meinen kühnsten Träumen. Aber, nun gut. Erst mal hinkommen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, quasi. Dup, di, dup, di, dup. Das wird schon. Absperrband. Absperrband? Wegen Hannah und Beth. Wieso rollen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Eine schöne, aber relativ blauäugige Art, wenn ich das mal so sagen darf. Insbesondere Hannah wird sich kein bisschen freuen über das, was ihr hier eventuell tut oder noch tun werdet. Also, im Endeffekt, Mike, du hast es verkackt. Entschuldigung. Natürlich mit Beihilfe, aber im Wesentlichen hast du es verkackt. Es tut mir leid. Du hast mit den Gefühlen einer jungen, wehrlosen Frau gespielt. Ähm, hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Ein Werwolf? Oder irgendwie sowas. In der Art. Keine Ahnung, was kann das gewesen sein? Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbodenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Müsst ihr keine heiße Schokolade trinken? Könnt ihr auch was anderes trinken? Hm. Was tun? Das war nicht abzusehen. Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Alles, was du sagst, Schatz. Sehr intelligent. Fuck. Hey, Jessica. Ja, hey. Alles gut. Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Äh, hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen sieben Armen dran. Ja, kannst du raus? Äh, ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Naja, du könntest... Naja, okay, ist egal. Ist egal. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Wow. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Auf eine gewisse Art und Weise... Ich habe das bisher... Also auch beim letzten Mal so gemacht, dass ich direkt runtergesprungen bin. Auf eine gewisse Art und Weise würde es mich aber natürlich auch reizen zu wissen, was passiert, wenn man da oben zögert. Also der Typ war ja direkt hinter einem. Von daher... Aber na gut. So, jetzt sind wir also hier unten mit unserer Freundin und schieben eine Lore. Schieben quasi eine ruhige Kugel. Hilf mir schieben, hilf mir schieben! So. Das wird... Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Ich finde auch humor-technisch sind sie... Sind die beiden vollkommen auf einer Wellenlänge. Also, das perfekte Traumpaar. Es tut mir leid. Man kann von ihnen halten, was man will, aber sie passen zusammen. Immerhin. Das ist doch die Hauptsache, oder? Also. Wer sind denn wir, dass wir das beurteilen? Also. Ich bitte euch. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und jeder darf so mit anderen Leuten zusammen sein, wie er es dann bitte schön aufzudrücklich hält. Hoppla. Uh. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja. Ja. Bin okay. Das war Knäppchen. Ein bisschen. Zugegebenermaßen. Oh Himmel. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Posa. Hier links geht es hoch. Aber was ist das hier noch für ein Weg? Wenn man schon mal hier ist, dann kann man sich auch gleichzeitig noch ein bisschen umgucken, ne? Noch ein Totem. So wie es aussieht. Ein Glückstotem. Das sah jetzt nicht unbedingt sehr glücklich aus, wenn ich das mal sagen darf. Das sah eher so aus. Ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nicht mal genau, wer das sein sollte. War das Ashley? War das Sam? Oder war das Jess? Irgendeine unserer liebreizenden Fräuleins, jedenfalls in höchster Not. Nämlich relativ halbnackt in irgendeiner Gegend, die, glaube ich, wenig schön ist. Was daran jetzt, wie gesagt, so glücklich sein soll, verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Na gut. Lassen wir das einfach mal so kommentarlos stehen. Und erfreuen uns an der Tatsache, dass es immer einen Weg nach oben gibt. Und diesen Weg nach oben, den beschreiten wir jetzt. Denn dieser Weg, der wird kein leichter sein. Und dieser Weg ist steinig und schwer. Aber er ist zumindest da. Was ja die Hauptsache ist. Hallo? Wie ist es rechts geradeaus? Oh, was haben wir denn hier? Das sieht ja hübsch aus. Hier hat sich aber eine schön eingerichtet. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Wer wohl hier war? Ein frischer Zigarrenstummel. Reichlich seltsamer Ort, um hier eine zu rauchen. Aber nun gut. Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Offenkundig wurde diese Miene über oder unter einem Indianerfriedhof erbaut. Irgendwie sowas in der Art. Diese ganzen Sachen, die ich eigentlich zwischenzeitlich finde und so weiter. Würde es sich lohnen? Würde es sich lohnen? Kann ich mir da noch mehr Dinge so angucken? Im Wesentlichen solche Dinge habe ich mir ja schon angeguckt. So, Familienporträt, bla bla. Hier gibt es irgendwelche Dinge. Der Unbekannte. Aha. Zeitungsausschnitt. AB-Nachricht. Axthalterung. Zigarrenstummel. Mystisches Symbol. So, hier die ganzen Toten. Mittlerweile haben wir von jedem Toten eine Variante gefunden. Wie gesagt, beim Glückstotum bin ich noch nicht so ganz überzeugt von der ganzen Geschichte. Aber okay. Und hier... Irgendwie... Schmetterlingseffekt. Ach, könnte man hier... Nee. Geht dich nichts an? Ich bin mir unschlüssig. Ob das irgendwelche Dinge sind, wo man zurückspringen könnte oder so und wo man dann die Geschichte nachhaltig verändern kann? Ich weiß es nicht. Wir lassen jetzt erstmal alles so, wie es ist. Wir lieben erstmal die Story so, wie sie ist und wenn wir dann zufrieden haben... Oh, shit! Wow. Alles klar? Ja, war knapp. Von sich in den Fortschäften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Das ist eine unfassbar gute und glorreiche Idee, Jess. So. Aber hier ist noch irgendwas. Hinweis in der Gefahrenkarte. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Areas at Risk. Danger, 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 danger. Okay, hier ist alles gefährlich. Hätte man sich ja fast nicht denken können. Bei diesem unfassbar tollen Zustand der hiesigen örtlichen Gegebenheiten. Wir sollten uns beschweren. Und ich werde gleich, sobald wir die Liebeshütte erreicht haben, einen Beschwerdebrief aufsetzen an die hiesige örtliche Minengesellschaft, die für Dick Quatschit zuständig ist. Und ich werde in einem 20-seitigen Pamplett darauf hinweisen, dass ich das hier nicht gut finde. Ja. Und danach können wir mit Jess rummachen. So oder so eben. Prioritäten! Ähm. Da sind wir raus. Oh yeah! Das war aber einfach. Ist doch alles gut gegangen. Ich frage mich nur, wie wir zurückkommen. Zu den anderen meine ich. Also. Könnt doof werden. So. Über kurz oder lang. Will ich hier lang gehen? Oh doch, Moment. Hier ist was. Hallo? Ah, noch ein Totem. So wie es scheint. Na, was für eine glückliche Prophezeiung steht mir jetzt bevor. Verlusttote. Wer war das jetzt? Diese Dinge sind ja auch immer zu kurz. Man kann die sich im Menü nochmal angucken. Ich weiß das. Aber irgendwie. Es war schon wieder eine Frau. Ashley, Emily, wer auch immer. Jemand ist aus großer Höhe auf einen Gatter gefallen. Und das hat Aua Aua gemacht, glaube ich. Und könnte nicht gesund gewesen sein. Hier geht es scheinbar nicht weiter. Aber gut. Dann halt weiter, ne? Richtung Hütte. Wo ist sie? Die Hütte. Uh, ich leuchte hier übrigens die ganze Zeit heim. Ich leuchte hier die ganze Zeit heim. Als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Linken spät siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Löst auf einen Flug mit der Air Force One. Okay, okay. Spaß sehr für die Wahlkampfrede, Baby. Diese blumigen Metaphern. Mmh, herrlich. Ich zeige dir nicht den kleinen Präsidenten, ich zeige dir den großen Präsidenten. Ja. Äh, so. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay. Ich lasse mal sehen. Wen hast du gesehen? Wo hast du was gesehen? Was hast du gesehen? Wow. Was war das? Ich bin davon abgesehen, dass es gar nicht geht. Aber was war das? Hallo? Hilfe. Ich habe Angst. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Bay? Wir sind ganz allein hier. Äh, möglich. Ich habe Angst. Nur ein bisschen. Aber ich habe Angst. Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Ach, am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael. Ich habe eine mega Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Äh, lassen wir das mit dem Bären streicheln. Yay. Mackenzie-Wolf. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressern, greift Vapitis, Rehtiere, Gnus und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfbestände hier in Blackfoot Pines stets unter Kontrolle gehalten. Der Grizzlybär. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Ars, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch. Lachs, Barsch, Forelle, ab nicht Hering. Weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Der Rocky Mountain Vapiti. Der prächtige Vapiti durchstreift diese Lande schon seit tausenden von Jahren. Mann, ist dieses Tier alt. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, die Bullen, dafür bekannt, ihre Herden vehement gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Gut zu wissen. Also Wölfe, Bären und Gnus. Das ist schön. Äh, gehen wir mal weiter. Richtung Hütte. Bitte nach Ihnen, Mademoiselle. Die Dome. Wundervoll. Und gleich sind wir da. Und gleich gibt's irgendwas oder so. Eventuell bekommen wir gleich unsere Belohnung von unserem lieben Weib. Das uns holderweise hier begleitet. Ähm. Wow. Vorsicht, Spatzinhirn. Hm. Sehr viel Liebe. Sehr, sehr, sehr viel Liebe. War da hinten noch ein Vapiti? Glaube. Oh. Ach, ich find das ja wirklich sehr malerisch. Diese Naturgewalt an sich. Der Fluss. Der sein eisig kaltes Wasser von links nach rechts schiebt und sich nichts weiter dabei denkt. Ja, ja. Immer wieder sehr faszinierend, darüber nachzudenken. Und so geht es also weiter hier auf diesem Weg. Also von den zwischenzeitlichen Schocker mal abgesehen, passiert ja leider nicht sonderlich viel. Ach, verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, Buh! Angeberin. Hey, Mike! Äh, du hast da was im Gesicht. Ah! Bam! Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Hoppla! Da ist uns wohl unsere Freundin abhanden gekommen. Na sowas aber auch. Ein guter Moment, um eine Pause zu machen. Und dann gleich anscheinend Sam dabei zu beobachten, wie sie irgendwas tut. Eventuell baden gehen? Huhuhuhu. Spannung, Freude, tralala. Ähm, gut. Okay, die Geschichte nimmt dann Fahrt auf. Und wir haben jetzt übrigens gleich den Moment erreicht, wo es für mich blind wird. Also, ja, ab dann kann ich dann wahrscheinlich auch aufhören mit blöden Witzen und dergleichen. Weil dann werde ich die ganze Zeit hier nur sitzen, wie ein kleines Häufchen Elend und irgendwie vor mich hinzittern. Und mir so denken, scheiße, warum spiele ich sowas? Scheiße, warum spiele ich sowas? Aber nun gut. Mal gucken, wie das Spiel dann so wird. Für den Moment soll es dann erstmal wieder gewesen sein. Und ich sag dann einfach mal wieder tschö mit ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Und ich sag dann einfach mal wieder tschö mit.